Hallo und damit ein herzliches Willkommen. Ja, ich muss heute ein bisschen schneller machen und zwar, ihr kennt das ja sicherlich, wenn ihr schnell fahrt, dann habt ihr so eine eklige Kamera, also total verpixelt, verschwommen. Also das Bild wird so komisch krisselig, so wie man das jetzt auch hier im Hintergrund sieht. Ist nicht wirklich schön und stört und ich habe jetzt hier einen kleinen Fix rausgesucht, das war überhaupt schon schwer diesen Fix zu finden. Und der verhindert eigentlich oder der macht, dass dieses krisselige weg ist, dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ist definitiv viel besser, ist angenehmer auch für die Augen und auch so bei, ja sag ich jetzt mal High Speed, ist das ein bisschen nützlicher, ihr könnt ein bisschen schneller reagieren. Und ja, wie installiert man den ganzen Kram? Also ihr kriegt jetzt als allererstes hier mal einen Download-Link, wenn ihr den habt, dann habt ihr hier diese Ra. Entpackt das Ganze, dann habt ihr hier drei Dateien, geht dann in euren San Andreas Ordner, also in den Hauptordner, zieht dann diese ganzen drei Sachen einfach rein, bumms, aus, fertig, euer GTA, könnt ihr wieder starten und dann habt ihr diese Krisselcam nicht mehr. Ich hoffe euch hat dieses kleine Video gefallen und dieser ganze Fix, ich bin jetzt hier mit raus, euer Mr. Zara Talks, ciao, ciao.